Guten Morgen meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 27. April. Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Radar. Wir wollen gleich mal auf den Australdoller schauen, der hier buchstäblich in die Binsen gegangen ist heute Nacht. Und wir sahen hier, und dann nehmen wir jetzt mal exemplarisch den Aussie, den Australdoller gegenüber dem Westdoller. Und dann schauen wir uns mal hier im Stundenschaut die Geschehnisse an. Und da sehen wir, dass es hier in der Nacht einen Tiefschlag gab. 3,30 Uhr, um genau zu sein, hier im Stundenschaut. Und warum 3,30 Uhr? Weil es hier die Verbraucherpreise des ersten Quartals gab. Und diese, meine Zuschauer, sind hier deutlich schlechter ausgefallen als eben erwartet. Neben dem, dass sie zuletzt sehr hoch waren, die Prognose hier zwar tiefer, aber immer noch im positiven Terrain stand, gab es hier ein Minus zu vermelden. Und die Verbraucherpreise sind sozusagen eben eine Indikation dafür, dass hier der Australdoller an Stärke wächst. Also ein höherer Wert sozusagen sollte hier, oder exemplarisch stellt hier immer einen bullischen Bias für die entsprechende Währung dar. Da man eben hier, wenn die Verbraucherpreise steigen, von einer höheren Inflation ausgeht, was ergo wieder eine Zinsanhebung zulässt. Und der Australdoller ja hier sozusagen zinsbullisch ohnehin unterwegs im Vergleich zu den ganzen westlicheren liegenden Ländern wie Europa oder speziell Australdoller, US-Dollar, eben hier der US-Dollar. Aber mit den negativen Werten ist hier Inflation sozusagen nicht zu erkennen und da gab es hier heute in der Nacht eben ganz klar das, oder die Reaktion dazu, Australdollar ganz stark zusammengebrochen. Der Australdollar selbst nähert sich jetzt hier dem Support um 0,7590. Das wird spannend, was da passiert. Aber wir wollen hier auf die schwächste Währung gerade mal eingehen, Australdollar Yen nämlich, der hier punktuell vor einem möglichen Widerstandsniveau gedreht hat. Wir hatten hier auch bereits schon, da gab es ein bullisches Setup hier Ende März, Anfang April. Ein Ausbruch über 86,35 per Daily Close wohlbemerkt, sollte bullisch sein. Dazu ist es nicht gekommen. Rücksetzer hätten hier als Nachkaufchance genutzt werden können. Es kam zu diesen Rücksetzern doch und hier ist die grüne Supportlinie. Es ging direkt tiefer und mit dem Ausbruch hier vom 5. April wurde sogar dann die nächst tiefere Station unterhalb von 82 Yen touchiert. Also insofern saisonales Setup absolut hinfällig gewesen. Hier kein Volltreffer in diesem Jahr. Und vielmehr noch nach diesem Ausverkauf gab es dann doch den Rebound in Sachen Erholung. Aber wir sehen, dass es eben hier punktuell am Widerstandsniveau von 86,35 ein Scheitern gab bereits in der letzten Woche. Und heute hätte es, wenn denn hier zum Beispiel die Verbraucherpreise deutlich bullischer gewesen wären, durchaus zu so einer Kerze nach oben kommen können. Aber das ist nicht geschehen. Wir sehen eben hier vielmehr den Abwärtsdruck. Und der Australdollar gegenüber dem japanischen Yen jetzt hier ganz klar in einem negativen Pfarrwasser. Obgleich die Saisonalität hier nicht unbedingt so bärisch daherkommt. Aber das tut hier jetzt wenig zur Sache. Es zeigt hier vielmehr, dass der Australdollar ganz klar weiter bärisch sein dürfte. Insbesondere wenn wir hier nochmal unter das Niveau von 84,35 zurückfallen. Dann muss man davon ausgehen, dass wohl oder übel nochmals Preise unterhalb von 82 Yen angesteuert werden. Also hier oben ganz, ganz klarer Widerstand. Konträr dazu, wenn wir hier über 86,35 rausgehen. Ja, gerade auf dem Australdollar Yen bezogen. Da wird insbesondere der Yen morgen eine große Rolle spielen. Wir haben die Bank of Japan morgen in der Nacht zur zinspolitischen und auch natürlich finanzpolitischen Ausrichtung. Und das wird sicherlich alle Yen-Pairs in der Nacht durchaus in Wallung bringen. Und ja, trotz der schlechten Nachrichten heute, wer den Mut hat, hier auf einen schwächeren Yen zu setzen, der könnte im Sinne dann auch einer technischen Gegenreaktion hier möglicherweise auf den Ausbruch zählen. Und wenn es hier über 86,35 rausgeht, dann haben wir hier taktischen Kaufsignal. Sie sehen hier ganz klar im Januar, hier im März, Mitte März, dann Ende März und jetzt eben auch hier im April ganz klares Widerstandslevel. Hier zuletzt im vergangenen Jahr ein Supportlevel, das jetzt hier als Widerstand fungiert. Aber wenn hier oben der Deckel gesprengt wird, dann muss man ganz klar sagen, sind die Bullen hier am Drücker. Das wird auch maßgeblich eben vom Yen hier mit beeinflusst. Und wenn die Verbraucherpreise, die negativen eben heute verdaut sind, mag sein, dass es hier nach oben gehen kann. Aber generell technisch eher angeschlagen. Australdollar Yen ist ja auch hier bei 75,90 in einem Bereich, wo man aufpassen muss. 0,75,90, gehen wir nochmal kurz darauf, wenn der hier durchsackt. So, da haben wir es hier durch dieses Level 75,0, 75,90. Wenn wir hier runtergehen, dann kann es auch durchaus nochmal in Richtung 0,74 gehen. Doch, ich will Ihnen heute hier den Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar mal nahe legen, der natürlich auch ganz deutlich unter Druck geraten ist. Wir haben hier sozusagen einen kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen, haben auch hier lokale Tiefs der letzten Zeit unterschritten und sind jetzt hier an einem Punkt, der recht interessant ist. Denn hier das Märztief liegt voraus. Das heißt, hier wird es jetzt spannend. Faktisch jedoch hier, das Interessante, habe ich ein saisonales Bias für Sie. Und zwar, der Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar während der letzten 21 Jahre 16 Mal einen positiven saisonalen Short gesetzt. Also hier fallende Preise, das führt zu einer Trefferquote von 76 Prozent. Und im Schnitt gab es hier einen Gewinn von rund 210 Pipsen auf der Südseite. Durchschnittlicher Verlust, wenn es schief ging, 103 Pips. In Summe hier 2.800 Pips schon eingefahren während der letzten 21 Jahre, wo von 16 eben erfolgreich waren. Und da sehen wir hier die Performance-Kurve, die in den letzten Jahren sich hier ein Stück weit abschwächte. Ja, wir hatten hier auch insbesondere im letzten Jahr ein Verlustjahr. Ganz marginal nur, aber ein leichtes Verlustjahr. Ja, davor hatten wir wieder starke Gewinne, beziehungsweise leicht starke Gewinne. Insbesondere hier 2011, 2012 waren sehr starke Gewinne zu verzeichnen. 2013 hier, das ist nochmal eine riesen Hausnummer, aber dann 14, 15 ebbte das Ganze hier so ein Stück weit ab. Und jetzt, wir hatten letztes Jahr einen Verlustjahr. Die große Frage, also Verlustjahr im Sinne dessen, dass es bullisch war, aber auch nur marginal, also kein großer Tiefschlag. Jetzt eben die Preisfrage, wie geht es jetzt weiter? Das saisonale Setup sieht vor, dass der Australdruck gegenüber dem kanadischen Dollar bis zum 31.05. eben hier eine schwächere Tendenz aufweist von etwa 210 Pips. Vom aktuellen Niveau aus wäre das ungefähr auch dieses Level hier um 0,94. Man muss aber natürlich implementieren, dass wir hier jetzt natürlich schon starken Ausverkauf gesehen haben. Mit dem heutigen Schlusspreis, wenn er denn höher ausfällt oder wie auch immer, könnte man hier sozusagen auf einen bärischen Bia setzen, der eben dann genau während dieses Zeitfensters hier ganz klar nach unten gerichtet ist. So, müssen wir nochmal hier den Preisbereich kopieren, den mal kurz löschen. So, und das wäre eine theoretische Chance. Sagen wir mal so rund 200 Pips auf der Südseite. Und da muss man natürlich sehen, ob man dieses Setup nimmt. Aber Tatsache unterhalb von 0,96 spricht viel dafür, dass wir weiter schwächere Preise sehen. Es kann natürlich auch direkt weitergehen. Wenn hier 210 Pips auf der Uhr stehen sollten, sollte man ohnehin über Verkäufe, Teilverkäufe nachdenken. Aber Tatsache ist, mit diesem schwachen Impulsen der Nacht ist eigentlich hier so ein Stück weit auch der Hammer gefallen. Und es spricht gerade auf den Austral-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar bezogen hier weiteres für eine saisonale Schwäche. Austral-Dollar-Yen ja wie gesagt auch hier in einem Zwiespalt. Da müssen wir die Bank of Japan morgen abwarten. Aber hier Austral-Dollar-Cut für sich genommen hier auf jeden Fall mit einem bärischen Bias unterwegs. Da könnte sich nur eine Relation einstellen, wenn wir hier wieder über 0,98 rausziehen. Also die heutige schwache Kerze komplett relativieren. Dann wäre hier sicherlich eine andere Bewegung möglich. Aber aktuell vor dem saisonalen Background und eben auch den aktuellen Preisverhältnissen hier eher der Bär zu bevorzugen. Gut, meine lieben Zuschauer. Morgen entfällt das Devisenradar, weil wir morgen ja den Live-Event haben, das Live-Trading, die Live-Beschau des Marktes. Da geht es morgen 8.45 Uhr schon los und läuft natürlich bis 10.30 Uhr, 10.45 Uhr. Und von daher bitte ich morgen, das Devisenradar natürlich zu entschuldigen. Wenn Sie mögen, können Sie über den Stream oder über die JFT-Website über Webinare sich noch kostenfrei anmelden für den Morgen-Live-Event, wo wir da das Rainbow-Trading und Live-Trades unter Umständen, wenn es sich anbietet, bewerten werden. Auch natürlich eine Auswertung zum FED-Event am heutigen Abend machen werden. Also es wird auf jeden Fall ein spannendes Paket sein. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Und insofern, wenn Sie mögen, hören wir uns morgen oder heute Nachmittag beim JFT-Devisenradar-Webinar 15 bis 16 Uhr, andernfalls spätestens Freitag 9.30 Uhr wieder. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Zeit. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss.